Zwei Glocken, da ist auf jeden Fall einer in der Nähe. Die anderen waren ja auf der Karte zu sehen. Bürger? Ich finde die slow motion geil. Ich hab dich erstochen. Na komm, Plünder hin, Plünder hin, du Sau. Okay, die beiden sind da. Die können wir jetzt noch schätzen. Die beiden könnte ich. Die hole ich mir auch als erstes. Da komm ich nämlich gut hin. Gar nicht so schwer. Jetzt muss ich nur abwarten, bis die da weg sind, die beiden. Aber ich kann jetzt doppelt töten. Moment. Moment. Hm. Ich dachte, die wartet noch. Ah shit. Soll ich doppelt töten kann. Jetzt muss ich mich. Und den in der Mitte kümmern. Dann. Hab ich noch Kirschbomben? Ja, hab ich noch. Ja. Hast du es jetzt auf uns abgesehen? Was? Seltsam. Einen Moment mal. Ach, Teufel. Ah, Messie da? Verdammt. Was? Ich gebe dir einfach da hin. Messie. Komm. Komm. Komm zu mir. Sag nicht, du bleibst jetzt da. Komm dann von näher. Mist. Wer bringt uns da alle um? Ich weiß es nicht. Ich. Was war da los? Weiß ich nicht? Gucken nach. Phantomklinge. Gutes Werkzeug. Könnt ihr euch anschaffen. Wenn er nicht will, dann mach ich es halt so. Jetzt müssen wir es kurz mehr. Da. Zwei außer Deckung. Nanananananana. Hab euch. Ich. Eins, zwei, drei. Eins, zwei. Komm. Komm. Komm noch einer. Komm. Dankeschön. Wo ist er? Ach, was soll's. So, warte mal. Ging er jetzt rum oder nicht? Dann will ich ihn hier vorne abpassen. Ist er hier, wo ich jetzt vorstehe, oder rechts neben mir? Okay. Fuck. So haben wir so viele da, ne? Hier, guck mal mein Ass. Oh ja. Wie ein verfluchter Geist. Gut, ich geh besser zurück. Ja, man sieht ihn auch nicht mit seiner Hand schon da rum drauf. Dein Traum. Ich verwischt dich schon, du rechter. Guck mal, hab dich. Oh, wo kommt die denn her? Egal. Übernehmen wir auch. Wo ist er? Achso, der kommt noch. Ähm. Ähm. Gut. Alter. Ich muss jetzt die Kachel singen. Ich muss jetzt die Kachel singen. Erflut doch mal! Los! Schnell! Das war jetzt nicht so geplant, aber ich guck mal eben, ob die irgendeine Medizin noch bei hat. Ich hab nämlich nicht mehr so viel. So, noch drei. Eine Rauchbombe, okay. Ist immer gut. Ich war nur ja verworfen vorhin. Ich hab' den, der, 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 der Königsfett, okay. Das wird da sein. Hallo. Oh. Oh. Ah, ah. Hm. Ihr seht nicht aus wie diese blutrünstigen Revolutionäre. Die Kutte wirkt etwas unheimlich, wenn ich das anmerken darf. Und ihr seid die Nachhut, nicht wahr? Äußerst praktisch, dass dadurch so viele Türen zwischen euch und dem Kampf stehen. Oh. Ich bin gar nicht hier. Nicht offiziell zumindest. Doch wie oft hat man die Gelegenheit, sich die private Amtsstube des Königs anzusehen? Ist es etwas Bestimmtes, wonach ihr sucht? Staatsgeheimnisse, private Korrespondenz, persönliche Schätze, so etwas in der Art. Ich hoffe, dass wir nicht dieselbe Beute im Auge haben. Dir wäre? Gewisse Briefe an den König. Sie wären... ...missverständlich, wenn die falschen Männer sie finden. Verstehe.